Herzlich Willkommen auf meiner neuen Homepage. Hat ein bisschen gedauert, bis ich alle meine Ideen verwirklicht habe, aber jetzt ist sie da. Und vielleicht merken Sie auch beim Surfen, dass ich ein neues World Wide Web habe. Da werde ich zukünftig bloggen und meine Ideen und Vorstellungen Ihnen mitteilen. Was auch neu sein wird, Gastautoren. Zukünftig werden Gastautoren bloggen und ich hoffe auch auf Feedback von Ihnen, ob es Ihnen gefällt. Also surfen Sie schön und vielleicht bis bald. Tschüss.